Hi. Warte, hallo? Läuft? Ja, läuft. So. Also Sandra, das ist nur für dich. Auf jeden Fall. Also wir haben kein Gewinn davon. Null. Nichts. Wir leiden wirklich darunter, dass wir das tun müssen nochmal. Ich fühle mich so schlecht. Übelst. Mama. Dann zeige ich mir mal unsere, unsere, hier, unsere. Unser Leiden. Wie heißt das? Unsere Instrumente, so. Ja. Ja. Das sind sie. Und was zum Nachdringen. Und da ist die edle Wodka, die du nicht kennst, glaube ich, weil das die ganze auch nicht. Parlament Russian Wodka. Pure Fried with Milk. Es gibt keine Sau, leider. Keine Ahnung, was das heißt. Ich sehe die zum ersten Mal heute. Genau, die Garnwons. Die gibt es nämlich. Alter, nur Wodka-Mehl. Einfach saufen, Mann. So. Also, ich leite hier viel. Okay. Sandra, Prost. Kurz in die Augen gucken. Jetzt ist Sandra, die Augen gucken. Sandra, alles gut. Alles gut. Dein Ding, Mann. Hm. Ich brauche deine Cola. Ja. Man schmeckt gut. Ich will es. Verdammte Scheiße. Aber nein, wir leiden. Wir leiden. Oh, verdammt. Oh, shit. Hm. Also ein kranker Shit. Happy Birthday to you. Stolat, Stolat, Jeje, 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 Na. Stolat, Stolat, Jeje, Jeje, Na. Wir sind schon fuig, so, oder? Stolat, Jeje, 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 Na. Und jetzt warte. Jetzt quälsche ich ihm die Eier ein. Und jetzt hoch. Stolat, Jeje, Jeje, Na. Wann? Wann? Bann? Youah! Mach. Mach.